hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video das ist noch ein überbleibsel vom hessentharum wir haben einen 17 juli das heißt ein monat ist hessentharum heute vor einem monat waren die elferfäde zeige ich euch noch ein paar elgen die übrig geblieben sind so auffällig auch noch dieses schild für den parkplatz was natürlich jetzt auch nicht mehr gilt so die ecke dürfte euch auch noch bekannt sein hier über der stadthalle so hier im jahrenpark wo die spargassen arena war sieht immer noch alles bisschen anders aus wie normal aber der knüller kommt den zeige ich euch gleich so der knüller ist das hier das steht eigentlich immer noch deswegen seid bitte so nett und liked das video und abonnieren den channel es dürfte vielen festspiel besuchen hier noch in erinnerung sein aber gut bis dann